Warum ist Radio nach all den Jahren immer noch so erfolgreich und boomt geradezu in dieser Zeit? Hans-Dieter Helmuth, der am längsten amtierende Senderchef in Deutschland, weiß es. Die Kunst beim Radio liegt daran, nicht einfach an Musiktiteln zu spielen, sondern dass wir über die Moderatoren und über die Reporter versuchen, Stimmung zu schaffen. Es ist unverwüstbar und kaputtbar, weil Radio einfach eine, wenn es gut gemacht ist, kann ich nur dazu sagen, eine Nähe zum Hörer aufgebaut hat, die unschlagbar ist. Radio lebt vom Zuhören, wie dieser Podcast auch. Schön, dass Sie sich für Silvia am Sonntag entschieden haben. Ich bin mir sicher, Zuhören macht klüger, wenn wir offen sind. Uns einlassen auf einen Menschen, seine Sicht der Welt, seine Erfahrungen, seine Verletzungen, Träume. Davon können wir profitieren. Herzlich willkommen, Hans-Dieter Helmuth. Ja, hallo, grüß Gott. Freut mich sehr, dass ich mal im eigenen Studio zu Gast sein darf. Also Programmdirektor, Geschäftsführer von FFH, also noch Geschäftsführer, noch Programmdirektor. Denn nächste Woche wird Abschied gefeiert. Stimmt, am 25. Juni und dann bin ich 30 Jahre und wie lange? Drei Monate hier bei Hitradio FFH, bei der Radiotele FFH, so heißt das Unternehmen offiziell gewesen. Ja, und dann gehe ich in den FFH-Ruhestand. Ruhestand klingt ja so in Verbindung mit Ihnen, also wer Sie kennt, weiß das, schon immer noch so ein bisschen komisch. Sie wollten ja ursprünglich auch gar nicht so lange bei FFH bleiben. Ich fand das immer interessant in den 30 Jahren. Neulich hat mal jemand gefragt, was war denn der dollste Augenblick in den 30 Jahren? Ich muss sagen, die ganzen 30 Jahre. Nach zwei oder drei Jahren haben schon andere Kollegen von anderen Radios gesagt, naja, besser wird es nicht, jetzt musst du bald gehen. Ich finde aber, nach oben zu kommen, also Marktführer zu werden, vom Radio hier in Hessen ist das eine, aber oben zu bleiben, das ist die richtige Kunst. Und toi, 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 ich klopfe mal auf Studio Holz. Bis jetzt ist es uns ja gelungen. 1. April 1989 war das Datum, Sie waren erster Mitarbeiter. Es gab damals noch kein Funkhaus, es gab keine Lizenz, es gab keine Mitarbeiter, aber Sie haben trotzdem zugesagt. Ja, ich war vorher bei Radio Charivari in München tätig, beim Zeitungsverlag. Und als dann das Angebot aus Hessen kam, ein landesweites Programm aufzubauen, war das natürlich sehr interessant. Wobei wir in Bayern an einem See gewohnt haben und meine Frau gesagt hat, oh, wo ist denn der See in Hessen? Und zum Edersee wollten wir auch nicht ziehen, obwohl es ja schön ist dort. Naja, jedenfalls, das war wie so ein Start-up, würde man heutzutage sagen. Es gab nichts und man musste es von Null aufbauen. Am 1. April waren wir vier Mitarbeiter, die angefangen sind und das war schon sehr spannend. Ich war zunächst Programmdirektor, ohne Programm. Wir wussten auch nicht, ob wir jemals eine Lizenz bekommen würden. Das ist ja hier im Radio was Besonderes. Da braucht man eine Lizenz, da kann nicht jeder einfach so senden, sondern man braucht Frequenzen und eine Lizenz. Die gibt die hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk, die sitzt in Kassel gegenüber vom ICE-Bahnhof Wilhelmshöhe. Aber wir hatten nichts damals und es hätte auch schief gehen können. Und ja, dann kam der neue, also wir hatten 60 Mitarbeiter eingekauft. Wir hatten in Frankfurt-Rödelheim die ehemalige Tipex-Fabrik umgebaut zu einem Funkhaus. Wir hatten uns Gedanken gemacht, wie könnte da ein Programm aussehen. Und ja, wir brauchten aber trotzdem noch eine Lizenz. Und am 9. November, am Tag des Mauerfalls, 1989, waren wir schon sendebereit. Und da hatten wir alle Tränen abends in den Augen. Wir konnten nicht senden, aber es geschah in Berlin etwas Historisches. Es waren auch einige Kollegen dabei, die kamen aus der DDR und hatten vorher in Berlin gearbeitet. Und dann, wenige Tage später, gab es dann von der hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk die Lizenz. Und dann sind wir am 15. November 1989 angefangen und haben bisher nicht wieder aufgehört, bis auf zweimal, als ein Bagger nämlich die Stromleitung durchgeschnitten hat. Gott sei Dank, genau. Es war auch, damals gab es ja auch, hatten wir noch den Slogan, das muss man, wie manchmal das Schicksal spielt, wir kommen rüber. Was ja im doppelten Sinne dann Bedeutung hatte. Bedeutung hatten wir so für den HR, für unsere Konkurrenz nicht so viel. Wir wurden so ein bisschen belächelt. Das war ein Fehler, weiß der heutige Intendant Manfred Krupp. Als damals Hitradio FFH gestartet hat, war der größte Fehler des HR, dass wir HDH und den Konkurrenzsender massiv unterstützt haben. Und er hat viele Sachen gemacht, die bei uns absolut tabu waren. Nachrichten vor der vollen Stunde, unvorstellbar, der Niedergang des Radios und erfolgreich. Naja, auch unsere Geldgeber, also die Gesellschafter, 50 an der Zahl, das waren alle Tageszeitungen hier in Hessen, das waren große Verlage, es sind immer noch große Verlage, Springer, Burda, der Chef von Fokus damals, Helmut Markwort, sind ja alle noch dabei, der Sportbund, der Bauernverband. Wir haben schon gedacht, ob das wohl gut geht, weil der hessische Rundfunk, den gab es ja schon seit 1948, das war der Platzhirsch in Hessen. Und ob man gegen den, pardon, anstinken kann, das schauen wir mal. Aber gleich kurz vor dem Sendestart, da lief es schon so eine Schleife über die ganzen Sender. Achtung, hier kommt demnächst ein neues Programm. Da haben wir schon so viele Anrufe und da haben wir schon gedacht, Mensch, das kann doch nicht schief gehen. Und so war es dann auch. Das ging ab wie lumpi. Und wir waren selbst verblüfft und verwundert, aber das hatte auch damit zu tun, der Intendent vom HR, der Manfred Krupp, hat das ja vorhin auch schon gesagt, es war alles anders, als es vorher war und das hat die Leute begeistert. Und das muss man sich mal vorstellen, also alle, die uns hier zuhören, die arbeiten ja auch in Betrieben und heute wird natürlich alles erforscht, Marktforschung. Und damals, muss man wirklich sagen, also vor 30 Jahren, da haben wir nicht so großartige Marktforschung betrieben, oder? Was gefragt ist? Ich kannte mich ja ein bisschen aus in Hessen. Ich war vorher schon mal beim Hessischen Rundfunk, allerdings beim Fernsehen, nicht beim Hörfunk. Und hatte schon ein paar Jahre in Hessen gelebt und hatte so geguckt, was der Hessische Rundfunk macht. Und da war das ziemlich einfach. Wir haben es einfach alles anders gemacht, als die Kollegen. Wir hatten Moderatoren, die, ja, No-Names waren, die keiner kannte. Silvia Stenger sitzt mir ja gerade gegenüber. Ich weiß noch, sie hat früher am Gardersee beim Radio gearbeitet. Ja, man musste ja ganz weit weg, weil hier gab es ja nicht viel. Nein, es gab gar nichts. Hier gab es keine Lizenz für Private. Und so hatten wir viele Exil Hessen sozusagen, die dann wieder zurückgeholt wurden. Wir haben dann die Nachrichten vorgemacht. Das war ein Taschenspielertrick, ja. Die Nachrichtensprecher waren auch diejenigen, die Nachrichten geschrieben haben. Wir haben versucht, ja, so zu sprechen wie der normale Bürger. Wir haben den Bürger auf den Mund geguckt. Und wir haben angefangen, Werbung zu machen für Radio. Das gab es früher eigentlich gar nicht so richtig. Wir haben Zeppeline fahren lassen, Ballone, Feuerwerke gemacht. Und beim Hessentag, 1990, glaube ich, war der erste Hessentag, bei dem wir dabei waren, in Fulda. Da sind wir aufgetreten. Das war früher fürs Radio unüblich. Wenn man heutzutage den Hessentag anguckt, Bad Hersfeld war ja gerade, Mensch, da schieben sich HR und wir und andere dann gegenseitig hoch. Und das ist ganz groß geworden. Aber damals gab es das nicht. Und es war alles neu. Und insofern konnte man auch ohne Marktforschung versuchen, einen solchen Sender zu starten. Das würde heute keiner mehr machen, sondern man würde sich sehr genau überlegen, wo ist eine Nische. Und man würde vielleicht Marktforschung machen und gucken, was gibt es für Möglichkeiten und für Chancen. Aber damals war es ziemlich einfach ein Start-up. Ja. Das Schöne ist ja, das war ja nie so geplant, auch mit Weihnachten. Aber die Menschen kennen Sie. Das ist wirklich verrückt. Das wünschen sich viele Moderatoren. Mit einer Sendung im Jahr, die man macht, wird man bei den Hörern bekannt. Deshalb ist es auch interessant für unsere Hörer, glaube ich, Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Woher kommt dieser Mann? Dieser Mann, HDH, kommt aus Münster, ist ein Westfaler. Stimmt. Und er kokettiert auch immer so ein bisschen damit. Also die Westfalen und die Münsterländer speziell, die sind sehr direkt, was nicht immer akut ist. Frau Silvia Stenger lacht schon. Ja, ich weiß, warum. Also sie sind sehr direkt, aber auch sehr offen und sind manchmal auch so ein bisschen stur, sagt man auch dazu am Anfang. Aber wenn Sie mal Kontakt geschlossen haben mit jemandem, dann hält das auch. Sie sind verlässlich. Und das schätze ich auch an Gesprächspartnern, dass die nicht lange um den heißen Brei rumreden, sondern gleich, wie man in Westfalen sagt, zu Potte kommen. Also auf den Punkt kommen. Das klingt nicht immer. Und das ist auch manchmal ein schöner Traum. Aber da komme ich her und da kann ich mich sozusagen nicht von losmachen. Und ja, ich habe ja mal in Nordhessen gewohnt, in Kassel. Das passt ganz gut zu den Nordhessen. Da ist so eine Ähnlichkeit, ne? Ja, auch manchmal so ein bisschen verschlossen erst mal. Und wir in Münster haben uns immer gegenüber der Metropole Köln zurückgesetzt gefühlt. In Köln war der WDR der große Sender. In Kassel hat man immer über den HR damals geschimpft. Weit weg. Und die Rhein-Main-Leute und so weiter. Aber die Nordhessen, glaube ich, die könnten viel selbstbewusster auftreten. Es gibt ja so einen Spruch, Mä sind mä in Kassel. Also wir sind wir. Das sollten Sie mal beherzigen, weil die haben doch vieles zu bieten. Die haben schöne Landschaft, tolle Kunstdenkmäler, schöne Museen. Aber immer schielt man nach Rhein-Main und denkt, naja, da spielt die Musik. Der Münsteraner redet nicht lange um den heißen Brei. Sie haben es selber noch mal erwähnt. So hat sie auch Helmut Marquardt kennengelernt. Zuverlässig. Man kann sich auf ihn verlassen. Da braucht man keine notariellen Verträge. Handschlag gilt. Ja, also Handschlag gilt bei Ihnen. Aber kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Also da kann man sich schon drauf verlassen. Ich kann da jetzt nichts zu sagen. Das ist ja auch so eine Sache, dass Sie das auch nicht so mögen. Ja, man genießt es so im Inneren. Ich bin nicht so ein Typ, der nach draußen jetzt bei jeder Gelegenheit jubelnd ausbricht. Das bedauere ich manchmal, dass man viel besser Gefühle zeigt nach draußen. Das ist sicher eine schwache Seite an mir. Ich nehme dann alles so eher nach außen hin, gelassener hin. Und viele fragen, ja Mensch, wie kannst du das denn alles so sozusagen akzeptieren? Im Guten wie im Schlechten. Aber im Inneren, da brodelt es dann doch schon manchmal. Und also ich freue mich schon darüber. Und ich freue mich auch wirklich darüber, dass jetzt nach 30 Jahren ich die Sache relativ gefahrlos übergeben kann und nichts passiert ist, wir immer noch Marktführer sind mit T3U FFH, dass es unseren anderen Programmen Planet Radio und Harmony FM auch gut geht, dass die Umsätze gut gehen und dass die Gesellschafter mich nicht vom Hof jagen, sondern mir sogar eine Abschiedsfete hier vor dem Funkhaus in Bad Vilbel kredenzen. Die Leidenschaft zum Radio hat sich sehr früh bei Ihnen gezeigt, schon mit vier Jahren. Heißt es, haben Sie Ihren Vater dazu gebracht, ich will nicht sagen gezwungen, das Radio auseinander zu bauen, weil Sie wollten sehen, was ist da drin? Ja, das war ein ganz einfacher Empfänger, Detektor nannte sich das, für diejenigen, die davon schon mal gehört haben. Ein Drahtpotentiometer und in so einer Holzkiste hatte er das gebaut und dann muss ich natürlich gucken, was dahinter steht. Und ja, Radiomedien hat mich immer interessiert und so als Schüler haben wir dann angefangen in einem Krankenhaus in meiner Heimatstadt Münster Radio zu machen. Wir hatten aber gar keine Ahnung, wie Radio geht. Und wir haben dann bei der Krankenhausleitung angefragt, ja Mensch, können wir immer samstags ein Wunschkonzert machen? Die haben dann erstaunlicherweise Ja gesagt. Und dann haben wir angefangen, da Radio zu machen. Patienten lagen im Bett, ja konnten nicht weglaufen. Sehr gut. Ja, wünschte man sich heutzutage auch von den Hörern. Und dann haben wir angefangen. Ich glaube, die ersten zwei, dreimal war ich Techniker. Danach durfte ich ja ans Mikrofon und das war so die Geburtsstunde. Und dann ging es weiter. Dann war uns das zu langweilig, immer nur Gefangenechor aus Nabucco oder Heino-Titel zu spielen oder James Last. Sondern da haben wir gedacht, Mensch, wir müssen mal Leute einladen hier ins Krankenhaus. Die sind auch fast alle gekommen, von Mary Rose bis Nana Muscoury. Und das höchste der Gefühle war mal, da hatte ich in der Zeitung gelesen, es kommt der Bundespräsident nach Münster. Gustav Heinemann war das damals von der SPD. Und dann habe ich so auf der Schreibmaschine Monika, Olympia Monika, geschrieben an das Bundespräsidialamt. Wir sind der Krankenhausfunk und würden gerne ein Interview mit dem Bundespräsidenten machen. Hat er so nie gedacht, dass das funktioniert. Und tatsächlich haben die dann angerufen und gesagt, ja, ja, also wir haben da eine Viertelstunde eingeräumt, da können Sie kommen. Und ja, dann hatte ich da meinen Kommunionanzug angezogen. Und dann hatte ich auf dem Zettel meine Fragen und ich hatte in der einen Hand das Mikrofon und das wackelt, also es zitterte richtig, ja, weil der Bundespräsident. Dann habe ich eine Frage gestellt, Herr Bundespräsident, Sie sind jetzt bald eine Legislaturperiode im Amt. Wollen Sie denn nochmal verlängern? Und dann hat er gesagt, nö, also einmal langt und so weiter. Und das war natürlich eine Sensation, habe ich aber gar nicht gemerkt damals. Und dann am nächsten Montag stand dann im Spiegel in einem Interview mit dem hausinternen Unterhaltungsfunk am evangelischen Krankenhaus in Wiesbaden, nicht in Wiesbaden, da gibt es auch einen Krankenhaus, sondern in Münster. In Münster, ja. Da hat der Bundespräsident gesagt, dass er nicht bereit wäre, nach der ersten Amtsperiode weiterzumachen. Das war natürlich ein großer Knaller. Ich hoffe, dass es mir nie wieder passiert. Aber so ging das damals los. Dann durfte ich bei der Zeitung mal einen Artikel schreiben, weil mich das auch interessiert hat. Und dann habe ich über Hauptversammlungen von Kränchen, Züchtervereinen und Feuerwehren geschrieben, wie das immer so ist. Wie das alle so machen am Anfang. Aber das ist auch gut. Das rate ich auch jedem Volontär, der zu uns kommt hier. Mensch, geht erst mal zur Zeitung und lernt mit Texten umzugehen, weil das braucht man überall. Ja, dann haben die gesagt, Mensch, wolltest du hier nicht ein Volontariat, also eine Ausbildung machen. Und meine Eltern waren, die waren, meine Mutter ist Schneiderin gewesen, mein Vater Fliesenleger und mit Medien hatten sie nicht so viel am Hut. Und dann haben sie gesagt, willst du nicht was Vernünftiges studieren? Und dann habe ich angefangen an der TU in Braunschweig als Diplomingenieur zu studieren für Nachrichtetechnik. Habe ganz lange studiert. Ich darf gar nicht die Semesterzahl sagen. Ach, sagen Sie doch mal. Nein, nein, nein. Sehr lange. Und in den Semesterferien habe ich immer Praktika gemacht. Bei der Braunschweiger Zeitung, beim WDR Kinderfunk, beim NDR in Niedersachsen, überall. Und bei der Zeitung natürlich, wo ich mein Geld verdient habe. Und da stand mir für mich fest eigentlich, naja, also Ingenieur wirst du doch mal, aber dann hörst du gleich auf. Und ich habe einen Tag das Diplom bekommen an der TU da in Braunschweig. Und am nächsten Tag bin ich als Volontär bei der Zeitung in Münze angefangen. Das ist verrückt. Also Sie sind ja auch Diplomingenieur, ne? Also wahrscheinlich gibt es die Urkunde irgendwo noch zu Hause, ne? Im Schrank. Ja, liegt bei mir in der Schublade. Ah, ja. Manchmal wache ich noch auf und denke, ah, da musst du noch die und die Prüfung machen. Also es war nicht immer einfach damals, ja. Und haben die, war das dann für ihre Eltern schwierig? Also die haben ja bewusst gesagt, mach was Anständiges. Also sie haben es dann gemacht, aber sind ja dann nach dem Studium direkt doch zu dieser Schreibendenzunft. Nein, die haben gemerkt, dass da so meine Leidenschaft drin lag und meine Eltern haben mich auch geprägt. Die hatten immer eine Zeitung, also egal wie gut es oder schlecht es uns ging, wir hatten immer eine Zeitung. Na ja, dann haben sie den Namen von ihrem Sohn da in der Zeitung gelesen. Ah ja, das war natürlich auch schön. Das war natürlich gut. Und meine Mutter, die kommt ja aus Schlesien, also nicht aus Westfalen. Und ihr Vater war bei der Eisenbahn und die hat mir da also wochenlang erzählt, ich müsste unbedingt zur Bahn gehen. Das wäre ein ganz sicherer Job und jetzt ist sie 92. Und hat mir da vor einem Jahr erklärt, naja, es war vielleicht doch nicht so schlecht in den Medien. Was ein Erfahrungsschatz, Ihre Mutter, 92 jetzt, 1927 geboren. Also was Ihre Mutter erlebt hat, das ist ja Wahnsinn. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen auch aus Ihrer Heimat Schlesien kannten wir als Kinder nur so, wenn die ganzen Schlesien kamen. Die haben sich unterhalten über Mondkuchen und über besondere Speisen, die es Heiligabend gab und die tolle Landschaft. Und dann irgendwann haben wir sie da nach Schlesien geschleppt, ja, mit meiner Schwester, mit meiner jüngeren Schwester gemeinsam. Und da sind wir mit ihr nach Schlesien und es steht noch das Versprechen, immer wenn sie einen runden Geburtstag hat oder einen halben runden Geburtstag, dann fahren wir mit ihr da hin. Und sie kommt aus einem ganz kleinen Örtchen in der Nähe von Breslau, Neiße, bei Neiße und da steht hier noch ihr Elternhaus. Und das ist schon interessant, einfach mal zu sehen, wo die Vorfahren gelebt haben. Tolle Landschaft. Und ja, als sie 90 wurde, waren wir zuletzt da. War für Sie bestimmt auch eine sehr interessante Erfahrung, das zu sehen, oder? Ja, überhaupt mal zu schauen. Also klar, Westfalen, Münsterland, wo mein Vater Herkamp kommt, das kannte ich alles. Aber diesen Teil der Familie intensiver kennenzulernen und zu gucken, was dahinter steckt, auch wie die damals vertrieben wurden, klar, das war schwierig. Meine Mutter erzählt immer noch davon, dass sie dann mit dem Güterzug aus Schlesien dann Richtung Westen gefahren sind und der Zug machte dann vor Dresden halt. Und Dresden wurde gerade in der Nacht bombardiert. Also schon irre, was die alle mitgemacht haben. Da leben wir ja dagegen im Paradies. Ja, wirklich. Also deshalb habe ich es auch erwähnt. Also Münster ist immer noch so Heimat. Ja, Heimat ist Heimat und ich kam ja damals aus München hier nach ins Rhein-Main-Gebiet und da muss ich bekennen, naja, wir waren so mittel begeistert. Ich war begeistert von dem Job, meine Frau nicht so. Aber es ist phänomenal, wie sich das Rhein-Main-Gebiet und Hessen sich verändert haben. Also wir lieben es, hier zu wohnen und wir haben auch gar nicht überlegt, nach meiner Pensionierung wegzuziehen nach Münster und auch nicht nach Bayern. Da fahren wir gerne mal zu Besuch hin, aber hier kennen wir viele Leute und hier ist unser Lebensmittelpunkt und insofern werden wir hier im Hintertaunus bleiben. Verrückt ist ja auch, dass Sie vor dem großen Erfolg mit FFH ja schon mal in Hessen waren und dann beim Konkurrenten beim Hessischen Rundfunk, allerdings beim Fernsehen. HR hatte eine Stelle ausgeschrieben und habe ich mich beworben. Hat es über ein Jahr gedauert, bis dann tatsächlich Ja oder Nein gesagt wurde. Und da bin ich nach Kassel gekommen und da gab es einen Studioleiter, der war später stellvertretender MDR-Intendant, Kurt Mornewig. Und das war so einer meiner Lehrmeister, weil der hat mich machen lassen. Ja, ich konnte machen, was ich wollte, aber er hat immer, immer alles in Frage gestellt. Er war nie zufrieden mit dem, was gerade gemacht wurde. Und das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt. Ja, immer ein bisschen auch weiterdenken und gucken, wie können wir es noch besser machen, wie können wir es anders machen. Und also das hat mich sehr geprägt und da haben die üblichen Beiträge gemacht für Hessenschau und manchmal auch Tagesschau. Und dann haben wir Sendungen gemacht aus Kassel für ganz Hessen. Ich durfte auch mal Regie machen, also ich konnte mich da richtig austoben. Sie haben auch mal moderiert, haben Sie glaube ich auch zweimal, ne? Ja, zweimal. Man stricht heute noch davon, habe ich gehört. Nein, 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 ich bin kein Moderator und ich weiß noch, da wurde Harry Belafonte, durfte ich einvernehmen und irgendeinen amerikanischen Astronauten, der mal am Mond war. Aber gut, dass der hessische Rundfunk in den Tiefen seines Archivs noch nicht geschaut hat, dass die Bänder noch irgendwo liegen. Also es war ganz schrecklich. Also ich bin kein Typ vor dem Mikrofon und vor der Kamera, sondern eher dahinter. Und damals habe ich schon Manfred Krupp, den jetzigen Intendanten des hessischen Rundfunkes, kennengelernt. Der machte, glaube ich, mein Unterjahr gerade und war dann auch in Kassel. Und ja, seither kennen wir uns. Er kann sich auch noch ganz gut an die Zeit erinnern, also vor allem die Zeit, als Sie wieder weg waren. Nachdem HDH aus Kassel weg war, ging auch bald die Unterhaltung der Bach runter. Also in Kassel war früher fernsehmäßig relativ wenig los, sondern da wurden aktuelle Beiträge gemacht. Und dann war es ja so mein Steckenpferd, auch jede Menge Staß und Sternchen hochzuholen. Die wurden dann in diese Sendung, die wir da hatten, immer Freitagsabends eingeladen. Und da war richtig was los in Kassel. Wir haben auch mal HR bei der Funk-Ausstellung vertreten mit einer großen Sendung. Und ja, da konnte man sich so richtig austoben. Dieter Bohlen und sind es da aufgetreten, weiß ich noch. Da habe ich sogar Regie geführt. Also ja, hinzunkunst. Ja, dann sind Sie ja kurz weggeholt worden. Das heißt, Sie haben es ja schon erwähnt, in Schöne München, da im Fünf-Seen-Land. Und dort Radio gemacht. Und da haben Sie auch das Rechnen gelernt, habe ich gehört. Na, Rechnen konnte ich vorher schon. Ja, aber so richtig rechnen. Klar, das waren die ersten Privatsender, die in Deutschland aufgemacht wurden. Lokalsender in Bayern. Und der Münchner Zeitungsverlag war an mehreren Lokalsender beteiligt. Unter anderem an Radio Charivari, ein Sender aus München mit Münchnern für Münchner. Ich als Preuße dazwischen, das war natürlich ein bisschen komisch. Ja, Sie wurden auch so am Anfang gesagt, ehemalige Mitarbeiter, haben Sie so schon so ein bisschen beäugt. Gefremdelt. Gefremdelt, ja. Und wir haben dann aus dem Pressehaus in der Bayerstraße am Hauptbahnhof in München gesendet. Und auch da konnte man alles neu machen. Die waren in einem ganz kleinen Studio. Wir haben erstmal ein Studio gebaut und wir haben das ein bisschen erweitert. Und ja, da habe ich Radio auch kennengelernt, auch hinter den Kulissen. Und der Münchner Zeitungsverlag und auch der Verleger dort, Dr. Ippen, sind bekannt dafür, dass sie gute Rechner sind. Und als Redakteur beim Hessischen Rundfunk oder bei der Zeitung hatte ich mit Zahlen relativ wenig zu tun. Und das habe ich da gelernt. Und wie kann man einen privat wirtschaftlich aufgestellten Radiosender ohne Rundfunkgebühren, wie kann man den wirtschaftlich betreiben? Und davon profitiere ich heute noch. Davon haben auch wir profitiert, muss man sagen, als Mitarbeiter. Manchmal auch gelitten. Ja, das stimmt. Also Ihre Gehaltsverhandlungen unseres Chefs sind legendär. Also Sie haben sich da nicht verändert. Westfälisch geprägt. Geld beisammenhalten, glaube ich, oder? Naja, ich meine, wir haben immer schwarze Zahlen geschrieben von Anfang an. Aber es kann natürlich auch mal anders kommen. Wenn die höheren Zahlen runtergehen, müssen wir die Preise für die Werbung senken. Die einzige Einnahmemöglichkeit ist Verkauf von Werbung. Und ja, kann es auch schnell kommen, dass man so hart am Abgrund steht, rote Zahlen. Und dann sind die Gesellschafter nicht mehr so freundlich zu uns. Das ist ja klar, keiner will Geld verlieren. Aber toscheteu, das ist uns eigentlich erspart geblieben. Ganz im Gegenteil, die letzten drei, vier Jahre boomt Radio insgesamt. Nicht nur hier in Hessen, sondern insgesamt. Früher haben die eher jungen Mediaplaner und die großen Mediaeinkäufer bei den großen Firmen, die haben immer gesagt, naja, das alte Dampfradio, was soll da noch kommen? Aber heutzutage ist Radio wirklich in. Auch bei den jungen Leuten, die sagen, Mensch, hier guck mal, Streamingdienste, Spotify, Podcasts, neue Programme. Alles das passiert im Radio. Und ja, Radio ist eines der letzten Massenmedien, die es in Deutschland gibt. Zeitungen geht es ja nicht so gut. Und Radio toscheteu funktioniert sehr, sehr gut. Und insofern freut es hoffentlich auch unsere Gesellschaft. Würden Sie auch sagen, dass die Faszination des Radios einmalig ist? Also ich war die größte Zeit meines Arbeitslebens beim Radio. Das hat sich aber eher zufällig so ergeben. Ich finde alle Medien spannend. Bei der Zeitung konnte man mit einem Blatt Papier und Kugelschreiber in der Hand oder in der Tasche konnte man relativ undercover unterwegs sein und Dinge aufschnappen, aufschreiben und dann einen Artikel draus schreiben. Fernsehen habe ich natürlich viel mehr gedöhnt, wie man in Westfalen sagt, um mich, um Kamera und Ton. Und auch bei Studioproduktionen ist der Aufwand schon sehr groß. Radio ist ein Mittelmaß. Radio ist dahingehend interessant, weil die Kunst beim Radio liegt daran, nicht einfach an Musiktitel zu spielen, sondern dass wir über die Moderatoren und über die Reporter versuchen, Stimmung zu schaffen. Jeder, keiner hat ja uns jemals gesehen hier oder sehr selten jedenfalls, aber jeder macht sich so seine Vorstellungen. Und Radio weckt, ja ist Theater im Kopf und weckt ungeahnte Gefühle und Bilder im Kopf. Und das ist nach wie vor heutzutage ein großes Plus beim Radio, wenn man das gescheit macht. Am Anfang belächelt, als es losging 1989 und dann auch immer wieder in Interviews sind Sie darauf angesprochen worden, mangelnde Tiefe im Programm. Da haben Sie immer gesagt, gute Unterhaltung ist das Schwerste überhaupt. Das stimmt doch, ja. Ich meine, unsere Sender sind Unterhaltungssender, genauso wie H3, H4, H1, UFM sind auch Unterhaltungssender. Und ja, das ist locker gesagt, aber das ist wirklich das Schwerste. Ja, ich meine, Berichte über dieses und jenes, über das, was in der Welt passiert, aneinander zu rein, ist das eine. Aber das alles in eine vernünftige Balance zu bringen und zueinander zu komponieren, das ist die Herausforderung. Wir sind Unterhaltungsmedium, das ist ganz klar. Die Leute lassen uns wie kein anderes Medium an sich heran. Manchmal schon in der Dusche läuft das Radio, also bei uns zu Hause nicht. Meine Frau würde mich sonst wohin steuern. Aber beim Frühstück, auf der Fahrt zur Arbeit, am Arbeitsplatz wird sehr viel Radio gehört. Und das ist ein großer Vorteil von Radio, wenn es richtig gemacht ist, dass diese Nähe zwischen dem Radio und dem Hörer, dass das, wenn es gut funktioniert und gut aufgebaut ist, das ist der Kitt zwischen dem Hörer und dem Radio. Und deshalb bin ich auch sehr optimistisch, was die Zukunft des Radios anbelangt. Ich glaube, es gab ja mal so einen Musiktitel, die Älteren werden sich eher entsinnen, Video Kill to Radio Star von den Bengels hießen die, glaube ich. Also Video macht das Radio kaputt. Das stimmt ja gar nicht, sondern Radio ist immer noch da. Und über eine so lange Zeit, nicht nur ich habe das 30 Jahre erlebt, sondern Radio ist ja schon ein paar Tage älter, über 100 Jahre, 110 Jahre in Deutschland. Und es ist unverwüstbar und kaputtbar, weil Radio einfach eine, wenn es gut gemacht ist, kann ich nur dazu sagen, eine Nähe zum Hörer aufgebaut hat, die unschlagbar ist. Also vor einigen Jahren wurden ja Webradios erfunden. Also auch wir übertragen unsere Programme weltweit über das Internet. Und da haben wir gedacht, das sind nicht nur die HRs oder die WDRs oder NDRs unserer Wettbewerber, sondern 50.000 Webradios aus aller Welt. Aber das Resultat ist, 95 Prozent der Hörer sagen wieder, ach nö, ich bleibe bei meinen Sendern, die ich so kenne, SÜR, FÜR, HR und auch erstaunlich. Erstaunlich, ja. Sie konnten schon immer ganz gut beurteilen, was gut klingt. Warum? Das habe ich nirgendwo gelernt, an der Uli auch nicht. Aber das ist so eine Gabe, die mir gegeben ist. Es ist ja im richtigen Augenblick das Richtige zu hören oder das Falsche, je nachdem. Und natürlich kann man ja nicht nur Ideen haben, sondern man muss die Ideen auch umsetzen. Das ist die wirkliche Kunst. Und das ist beim Radio. Wie klingt denn das wohl? Wir haben jetzt im Frühjahr eine Aktion gemacht, jeden Tag kein Auto. Da kann man sich so lange, wie man will, Gedanken machen, ob das wohl funktioniert, ja oder nein. Das kriegt man erst raus, wenn man es wirklich macht. Das war ein großer Hype in Hessen. Die Leute haben miteinander gesprochen. Hast du gehört, bei FFH haben sie heute einen Maserati verlost oder irgendwas. Und ja, das ist gut. Aber es gibt sicher auch Beispiele in den 30 Jahren, wo es nicht funktioniert hat. Wir haben auch Sachen dann ein bisschen schnell weggenommen. Das gehört auch dazu. Sie haben ja gesagt, Papa Fliesenleger, Mama ist Schneiderin gewesen. Jetzt natürlich nicht mehr mit ihren 92 Jahren. Aber sie haben immer schnell die Führung übernommen. Also sie waren jetzt nicht nur Ministrant, sondern... Obermestine. Genau, Obermestine. Also wenn dann Krankenhausradio, dann machen sie natürlich gleich Regie oder laden Gustav Feinemann ein. Oder wenn sie bei FFH sind, dann sind sie am Anfang Programmdirektor, aber nach ziemlich kurzer Zeit dann auch Geschäftsführer. Ja, es hat mich immer gereizt, Sachen auch umzusetzen. Und das kann man ja nur, wenn man teilträftig anpackt und dann kommt man in solche Positionen auch. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn neue Bewerber kommen und die sagen, ja, ich plane meine Karriere genau. Und in den nächsten zwei Jahren mache ich das und danach mache ich das und mache ich das. Da muss ich sagen, da denke ich zu mir, naja, wie es wirklich kommt. Und wenn ich zurückblicke, was ich selten tue, dann muss man sagen, man war oder ich war immer zur rechten Zeit an der rechten Stelle. Es war viel Glück und Zufall dabei. Es hätte auch anders kommen können. Und wenn jetzt, also Sie haben ja keine eigenen Kinder, aber Sie haben viel Kontakt mit jungen Leuten. Was raten Sie heute Menschen, die uns zuhören oder Eltern, die Kinder haben, wie sollen die ihre Leidenschaft finden? Wie sollen die beruflich vorgehen? Also gute Ausbildung immer. Also wenn es geht, Abitur machen oder mittlere Reife. Wenn es geht, auch was studieren. Dann hat man schon mal eine sichere Bank. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, wichtig durchzuhalten. Das gilt für die Schule, das gilt auch für das Studium. Es gibt ja viele, die werfen dann die Flinte ins Korn. Ich war da auch schon manchmal dran während des Studiums. Also muss ich ehrlich sagen, meine Kollegen bei der Zeitung haben gesagt, Mensch, komm doch ganz zu uns. Du schreibst ja jedes Wochenende hier, kriegst du Geld und so weiter. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, durchzuhalten und sich selber zu beweisen und danach dann auch seinen Neigungen nachzugehen. Und das ist das Einzige, was man sagen kann. Und hier im Medienbereich ist es so, steht nirgendwo geschrieben, kann ich das oder kann ich das nicht, sondern man muss es ausprobieren. Also das heißt, man muss Praktika machen, bei den Zeitungen, beim Fernsehen, beim Radio, möglichst überall, um für sich ja selbst herauszubekommen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Ja, es gab keinen Zehnjahresplan bei Ihnen. Ich meine, die Zeit hat sich aber auch geändert. Ich glaube, heute würde auch jeder, Sie würden als Chef oder als Geschäftsführer lachen, wenn jemand käme und sagt, wie sieht es denn in 20 Jahren aus? Also ich kann nicht mal sagen, wie es im Radio in fünf Jahren aussieht. Ich meine gut, aber das ist von so vielen Zufällen abhängig von Stimmung. Ja, ich meine CDU und SPD, wenn man ein politisches Beispiel nehmen will, erleben das ja auch gerade, dass sie so bestimmte Sachen verpennt haben und auf einmal die Dampfwalze der Grünen an ihnen vorbei rollt. Und die haben vieles richtig gemacht, die werden aber auch im Moment getragen von Stimmung. Friday for Future und solche Dinge, die helfen denen. Aber das kann schnell passieren und es kann auch noch viel schneller im Radio passieren, dass man die Trends, die Zeichen der Zeit verpennt. Naja, und dann muss man wieder neu anfangen und bis der Radiohörer was mitbekommt, das dauert immer. Wenn man was Neues einführt, dann dauert das immer ein bisschen. Aber er kriegt sofort mit, wenn sich etwas drastisch ändert. Die Musikfarbe ist ganz anders, es sind ganz andere Moderatoren da und Radio besteht ja aus ähnlichen Abläufen jeden Tag. Das ist etwas Vertrautes für den Hörer, das will er auch. Der will nicht, also einen Tag ACDC und nächsten Tag Maldi Cyrus den ganzen Tag hören, sondern er will eine Mischung. Aber er will auch Überraschungen zwischendurch haben und das ist die Kunst eben, so eine Balance hinzukriegen. Also Radio war jetzt keine schlechte Wahl für Sie, aber Helmut Marquardt hätte auch noch eine andere Möglichkeit für Sie gesehen. Wäre der Hans-Dieter Helmut nicht bei FFH gelandet, wäre er wahrscheinlich Präsident von Eintracht Frankfurt geworden. Ja, also ich bin ja beginnallter Nichtsportler und das wäre natürlich sehr frivol, ich da beim Sportverein, obwohl ich einem Sportverein angehöre seit 25 Jahren. Nämlich wohne ich in einem kleinen Örtchen im Hintertaunus, da gibt es zwei Vereine und bei beiden bin ich Mitglied im Sportverein, wo ich aber noch nie war. Ja, und da zahle ich aber meine Beiträge und ich bin Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr, in der Hoffnung, wenn es mal bei uns zu Hause brennt, dass sie nicht vorbeifahren. Aber wahrscheinlich auch, weil, ich meine, das muss man sagen, auch Vereine, das zeichnet uns in Deutschland ja auch aus, auch Hessen zeichnet es aus. Wir haben unglaublich viele Vereine und die tun ja auch sehr, sehr viel ehrenamtlich für die Menschen. Absolut, weil ich meine, ohne Ehrenamt ging es nicht und die Ehrenamtsleute stehen immer mehr im Vordergrund. Auch die Landesregierung zeichnet das Ehrenamt aus und das weiß man doch aus der Firma, das weiß man aus dem privaten Umfeld. Es gibt immer viele Leute, die quaken und tolle Ideen haben, aber es gibt leider noch immer zu wenig Leute, die anpacken. Daran mangelt es und deshalb wundere ich das wirklich sehr, diejenigen, die sich engagieren. Und ich habe mir auch vorgenommen, mich da nach dem 1. Juli vielleicht ein bisschen mehr zu engagieren bei den Maltesern in Frankfurt oder im Rotary Club bin ich in Bad Homburg. Da gibt es auch verschiedene Dinge zu tun oder der Förderverein der Saalburg, also wo jeder Schüler aus Hessen schon mal war. Der sucht auch jemanden, der dann noch unterstützend tätig werden kann und alles das habe ich mir vorgenommen. Die Frankfurter Volksbank, die gibt es ja auch noch. Ja, seit vielen Jahren bin ich im Aussichtsrat der Frankfurter Volksbank, eine der beiden größten deutschen Volksbanken. Und dann wurde ich gefragt vor anderthalb Jahren, ob ich nicht den Vorsitz des Aussichtsrates übernehmen würde. Ich war da ein bisschen beklommen, der Radio-Fuzzi bei der Bank. Es gibt schon Ähnlichkeiten, weil die sind auch getragen von ihren Mitgliedern. Die Frankfurter Volksbank hat über 245.000 Mitglieder und muss sich bemühen, die zu behalten. Und da geht es auch um Nähe. Viele Leute machen ja Bankgeschäfte im Internet, aber wollen auf der anderen Seite auch einen Ansprechpartner haben. Und wir kriegen bei der Volksbank auch keine Rundfunkgebühren, sondern man muss sich um jeden einzelnen Kunden bemühen. Und insofern ist es spannend, ist was ganz anderes. Und seit einem Jahr mache ich das und ja, es ist eine herausfordernde Aufgabe. Und ja, ein Jahr habe ich gefahrlos gemeistert. Ihre Karriere lief super, das kann man nicht anders sagen und geht ja auch noch weiter. Allerdings muss man sagen, und da haben Sie immer sehr offen darüber gesprochen, mit der Gesundheit gab es Probleme. Und Sie können Ihrer Frau Ursula sehr dankbar sein, weil die hat Ihnen eine Niere gespendet. Ja, das stimmt. Also ohne meine Frau hätte ich sozusagen bis zu meiner Pensionierenden nicht durchgehalten. Ich habe so angeborene Nierenprobleme und irgendwann ging das nicht mehr. Vor elf Jahren genau und da war die Frage Dialyse oder gibt es einen Nierenspender. Und meine Frau hat dann wirklich ohne Zögern, trotz meiner Gegenwehr gesagt, Mensch, ich spende eine Niere. Und vor elf Jahren wurde bei ihr die Niere raus, bei mir die alte raus und bei mir die neue rein. Und toll, 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 toll. Es funktioniert bis jetzt ganz gut. Und da bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Das ist das Größte, was man als Geschenk machen kann. Und sie sieht das aber nicht als Geschenk, sondern sie sagt, naja, hier ist die Niere. Dankeschön, auf Wiedersehen. Weil wir natürlich uns auch Gedanken gemacht haben, was ist denn in den nächsten 30 Jahren? Also meine Frau läuft weg, ich laufe weg oder was auch immer. Was passiert dann? Will sie dann die Niere mitnehmen oder ich muss sie wieder rausrücken? Nein, das war nie ein Thema und wir verstehen uns gut. Und meine Frau hat mich eigentlich immer unterstützt. Und sie hat auch im hohen Alter noch angefangen, die Abitur nachzumachen. Sie hat in der Uni in Frankfurt studiert, also BWL. Da hatte ich mir schon die Hände gerieben, jetzt musst du nicht mehr arbeiten, das macht sie jetzt. Aber nein, es war ihr wichtig, das zu machen und nachzuholen. Es ist auch nicht ganz so schlecht, dass sie Westfälin ist. Und sie hat auch nach der Operation, da lagen sie mit ihrer Frau im gleichen Krankenzimmer, also nebeneinander. Und dann hat sie zu ihnen gesagt, du kannst dich jetzt einmal bedanken und das war's. Das stimmt, ja, so war's. Ja, das ist, ja, sehr, sehr großherzig von ihr gewesen, das zu tun. Und es hat mir auch geholfen, hier noch ein paar Jahre bei FH tätig zu sein. Weil wenn man da so im Krankenhaus liegt und denkt, Mensch, das war's jetzt. Und wie sollst du ohne Niere da weitermachen? Das ist schon eine schwierige Überlegung. Weil zum einen mache ich das ja gerne und habe das gerne gemacht. Und zum anderen muss ich ja mein Häuschen noch abbezahlen im Hintertauen. Das ist ja so ganz praktische Gründe, die eine Rolle spielen, ja. Trotzdem lassen Sie, also das war ja nicht der einzige Fall, ich will jetzt nicht Ihre Krankheitsgeschichte aufrollen, aber natürlich gab es da einige Fälle. Aber da haben Sie sich nie so zurückwerfen lassen. Oder gab es dann doch Momente, wo Sie ihn gehalten haben und haben gesagt, ich muss jetzt doch ein bisschen was an meinem Turbo-Leben ändern? Nö, eigentlich hat das ja mit meinem Leben nichts zu tun. Sondern ich habe immer gesagt, ich bin das Rollenersatzteillager und habe schon dieses und jenes erlebt. Und bin auch immer sehr offen damit umgegangen. Weil meine Erfahrung ist, wenn man weiß, aha, der ist im Krankenhaus oder dem geht es nicht so gut, dann gibt es große geheimnisvolle Spekulationen. Ich habe immer gesagt, das und das ist es. Und war eigentlich immer sehr zuversichtlich, dass man das übersteht und dass man wieder auf die Beine kommt. Und das hat mir auch immer sehr geholfen. Ich bin ja nie in eine Reha gegangen, sondern habe gesagt, schick mich nach Hause und ich versuche am normalen Leben teilzunehmen. Die Reha, liebe Hörer, war dann hier bei FFH. Teilweise, ja, genau. Ja, aber das normale Leben, da kommt man am schnellsten wieder auf die Beine. Bei mir jedenfalls, das mag da andere Fälle geben. Und also mir hat es immer sehr geholfen. Also Sie können eine ganze Menge. Ich glaube, Sie haben auch alle Scheine, was so, also wir wissen ja, unser Chef ist ja Heißluftballonfahrer. Stimmt, ja. Da braucht man, Sie haben, glaube ich, auch den Segelschein? Nein. Oh, den nicht. Heißluftballon und normales Flugzeug. Darf ich aber beides nicht mehr fahren, wegen meiner Krankenhärten. Dann habe ich in Offenbach auf dem Main einen Bootsführerschein gemacht. Der Bootsführerschein Binnen und See. Man wachte in Offenbach. Sehr schön. Naja, weil das hat mich auch immer sehr interessiert. Und wir waren auch ein paar Mal in Holland unterwegs mit einem Bötchen und sind da ein bisschen rumgeschippert. Also Wasser hat auf uns beide, meine Frau und ich, immer eine große Faszination ausgeübt. Wir fahren auch gerne mal mit dem Schiff durch die Gegend. Und also Reisen und Reisen, das war immer unser großes Hobby. Und wir haben immer gesagt, wir warten nicht, bis wir 65 sind, sondern wir genießen große Reisen auch zwischendurch. Wir hatten natürlich auch keine Kinder, wir haben keine Kinder. Und insofern war das auch einfacher. Wir haben schon vieles gesehen. Südamerika waren wir ein paar Mal in Nepal, in Tibet, in Bhutan, wo auch immer. Ja, weil wenn ich zu Hause auf der Couch sitze und warte, dass die Ferien vorbei sind, das hat... Das ist nichts für Sie. Nein, das fand ich immer weniger spannend, als Land und Leute vor Ort kennenzulernen, andere Eindrücke zu bekommen. Das lenkt ganz schnell ab. Es hilft einem auch wieder, neue Energie zu tun. Gab es eine Reise, die Sie besonders, eine Landbegegnung, die Sie besonders beeindruckt hat? Also Bhutan war schon sehr faszinierend, weil es ja ein sehr verschlossenes Land bis vor wenigen Jahren war. Und wie positiv die Leute dort denken und agieren. Und wie traditionell, gibt es ja noch einen König, der gerade als wir da waren ein Kind bekommen haben, war natürlich das ganze Land in Verzückung. Ja, Tibet hat mich auch interessiert, weil ich die Chance hatte, mal den Dalai Lama kennenzulernen. Dann kommt man nach Lhasa in den Palast und da ist noch sein altes Radio, was ihm Nehru, glaube ich, geschenkt hat aus Indien. Da ist die Badewanne und so weiter und er kann da nicht mehr hin, sondern wohnt in Indien im Exil. Also das war auch sehr eindrucksvoll und viele andere Dinge mehr. Sie interessieren sich, glaube ich, auch so für Geschichte, oder? Also da ist noch, oder ist da Nachholbedarf? Also ich habe keinen blassen Schimmer von Geschichte, ganz wenig. Als Ingenieur hat man damit wenig zu tun. Im aktuellen Bereich, ich lese verschlingende Zeitungen und Magazine, Bücher. Dazu komme ich eigentlich nur im Urlaub mal ein oder zwei Bücher zu lesen. Und insofern, ja, stimmt das schon, da gibt es Nachholbedarf. Und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, vielleicht demnächst, wenn ein bisschen mehr Zeit ist, mal irgendwie an der Uni ein Semester oder mehrere Semester Geschichte zu lernen. zu belegen, um ein bisschen mehr von der Geschichte in der Welt, aber auch in Deutschland zu erfahren. Ich kenne das nur bruchstuckhaft. Wenn wir jetzt schon mal bei den Defiziten des HDH sind. Dr. Wilhelm Bing, lange Jahre Ihr Chef, weiß etwas, was Sie nicht können. Er kann nicht dumm rumsitzen. Das kann er nicht. Auf den Punkt gebracht. Stimmt das? Ja, weiß ich nicht. Er war ja sehr, sehr lange der Vorsitzende unserer Gesellschafterversammlung, über zwei Jahrzehnte lang. Kommt aus Korbach und war schon ein strenger Chef als Chef der Gesellschafter. Und erst über die Jahre hinweg wurde das Verhältnis lockerer, nachdem er auch so gesehen hat, wie ich das mache. Und dass ich das halbwegs vernünftig anpacke. Aber er hat schon recht, einfach in der Ecke zu sitzen und zu warten. Das geht nicht. Das geht nicht, sondern er muss immer was tun. Und ja, jetzt graut meine Frau natürlich davor, was passiert ab 1. Juli. Hat sie denn irgendwelche Vorbereitungen für die Zeit getroffen? Nee, hat sie nicht. Sie hat ja auch so ihre Abläufe, die sie da angeht. Und sie steht immer ganz früh auf, halb sechs morgens. Ja, sie kommt vom Bauernhof. Mit der Niere habe ich das auch geerbt. Also ich stehe auch immer ganz früh auf. Und naja, da müssen wir uns noch arrangieren. Aber ich habe ja noch ein paar Jobs, die ich machen darf. Zum Glück. Ganz ohne, glaube ich, ging das nicht. Da ging das schief. Wie lange sind Sie verheiratet? Oder zusammen? Also erst zusammen und dann verheiratet? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich kann Ihnen ein bisschen helfen. Nein, also 35 Jahre sind wir verheiratet, weil nämlich erst vor zwei Wochen, glaube ich, das Datum war. Hochzeitstag. Da wurde mir das wieder in Erinnerung geführt. Und wir kennen uns so drei, vier, fünf Jahre länger. Und sie hat früher in meiner Heimat in Münster in so einer Veranstaltungshalle und war da stellvertretende Veranstaltungschefin. Da waren auch die großen Staats. Und wir vom Krankenhausfunk wollten da immer Interviews machen. Und sie hat uns immer rausgeschmissen, weil wir keine Tickets hatten. Und ihr Chef, der hat uns immer reingelassen. Hintenrum. So haben wir uns kennengelernt in so nicht so schönen Umständen. Und naja, das hat sie dann doch ergeben. Klingt so nicht so Liebe auf den ersten Blick, sondern Liebe, die Liebe hat gebraucht. Ja, also sie war ja meine Gegnerin. Genau, so klingt das auch. Hat mich rausgeschmissen, ja. Und dann, klar, habe ich bei der Zeitung gearbeitet. Dann war ich natürlich etwas wertvoller für dieses halbe Münsterland, weil die haben ja auch die Zeitung gebraucht. Und naja, so hat sich das dann über die Jahre angenähert. Und ja, man soll es nicht glauben. Helmut Markwort hat noch einen Wunsch für Sie, für die Zeit nach FFH. Ich wünsche ihm viel Kür und wenig Pflicht. Also Helmut Markwort ist seit Anfang an Gesellschafter bei Radio FFH und war bei allen Sitzungen dabei. Und ja, ich glaube, lebenslang hat er nur die Kür gemacht. Und er interessiert sich auch, wie alt ist er jetzt, 83 glaube ich, interessiert sich immer wieder für was Neues. Er ist jetzt im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks. Er ist Landtagsabgeordneter für die FDP. Er macht Talkshows. Er spielt Theater auch hier in Hessen. Er ist bei uns Gesellschaftler, auch bei Antenne Bayern. Also ist ein Tausendsasser. Und also der hat es richtig mit der Kür gemacht. Und wenn das so kommt bei mir. Das ist ja nicht so. Also im Landtag will ich nicht. Aber er ist ein Beispiel für Agilität auch über das normale Pensionsalter hinaus. Wie sieht es denn mit der Agilität im Haushalt aus? Backen, Kochen? Backen und Kochen ist nicht mein Ding. Garten war ich schon immer der Herr des Rasenmähers. Also das werde ich wahrscheinlich auch bleiben müssen. Ja, man muss versuchen, das ein bisschen mehr zu Hause zu genießen. Bin morgens aus dem Haus und abends, wenn es dunkel wurde im Winter, war ich wieder da. Also das kann man vielleicht ein bisschen mehr genießen. Aber wir waren schon immer zwei, die viel auf Reisen waren. Und ich glaube, das werden wir auch beibehalten. Und gerade heute Morgen habe ich telefoniert mit einem Reisebüro, die immer uns große Vorschläge machen. Mensch, was könnte man noch machen im Herbst und im nächsten Jahr? Also eine Mischung aus zu Hause und den Ehrenämtern und dem Unterwegssein, das wird es wahrscheinlich in Zukunft sein. Solange man das kann. Weil ich meine mit 66,5, da merkt man natürlich hier und da schon das Zippelein. Und ich glaube, man muss so ein bisschen Gas geben, um noch viele Sachen kennenzulernen. Genau, bevor es nicht mehr geht. Bevor es nicht mehr geht. Noch geht ja viel. Die Reisen, müssen die eigentlich immer sehr weit weg sein? Nein, weit weg haben wir natürlich gemacht, weil da war man weit weg vom Beruf. Verstehe. Und ich war auch immer jemand, der drei Wochen Urlaub durchaus gemacht hat, weil eine Woche, das lohnt sich ja kaum. Ich meine, die ersten drei Tage denkt man noch, was war. Die nächsten drei Tage denkt man, was ist nächsten Montag. Also ich habe das immer gebraucht, auch Phasen der längeren Abwesenheit. Und ja, jetzt könnte ich ja wochenlang wegbleiben oder monatelang. Freunde von uns, die sind auch gerade in den Ruhestand gegangen. Die haben jetzt ein halbes Jahr Kreuzfahrt gemacht, rund um die Welt. Ein halbes Jahr lang. Ja, die muss ich mal befragen, ob sie da keinen Schiffskoller bekommen haben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also da muss auch Abwechslung sein. Nächste Woche wird hier ihr Abschied zelebriert. Viele Weggefährten werden nächste Woche hier sein. Auch Joachim Becker von der Landesanstalt für privaten Rundfunk. Ich wüsste beispielsweise gerne, ob er singen kann. Vielleicht könnte er uns ja ein Ständchen vorsingen. Das würde mich ausgesprochen überraschen, wenn er das auch noch könnte. Also ich habe mich immer gut verstanden mit Herrn Becker, aber das geht zu weit, muss ich sagen. Ich glaube, da wollte er Ihnen einfach mal noch was mitgeben am Ende. Mich locken, ja genau. Also ich habe eine dunkle Stimme, die passt ja gut zu Weihnachten, das wurde ja schon abgehandelt. Und es gibt schon den einen oder anderen, der hat gesagt, haben Sie jemals gesungen und so, das wäre doch was für Sie. Aber das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also ich habe unseren Chef nie singen. Also Sie sind mir jetzt nicht aufgefallen durch. Ich kann nur höchstens ein bisschen brummen, aber nicht singen. Ja, aber so als klar, jetzt wo ich drüber nachdenke mit dem Bass und so, da wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Eine Karriere möglich. Ja, es gibt doch wunderschöne Chöre im Taunus oder in Hessen, die nehmen Sie bestimmt. Also wenn Sie jetzt Herrn Hilmut einladen wollen zum Chor, schreiben Sie einfach an uns. Wir geben das dann an unseren Chef weiter. Herr Hilmut, was viele unglaublich interessiert, Weihnachten. Also wir haben alles versucht. Es tut mir wirklich leid, auch den Hörern, das hier an dieser Stelle nochmal sagen zu müssen. Hans-Dieter Hilmut wird nicht zur Verfügung stehen hier am Heiligen Abend. Aber es wird doch ein komisches Gefühl sein, nach 31 Weihnachten dann mal an Weihnachten mal nicht hier zu sein. Alle Heiligabend, da bin ich ja so reingerutscht im ersten Jahr, als wir angefangen sind, 1989, da waren wir alle neu und keiner wusste, wie funktioniert es. Und dann habe ich gedacht, muss man den Kollegen was Gutes tun. Und ich tue mal so, als wenn ich der Moderator wäre und habe dann großsprünglich gesagt, ich mache die Sendung. Und naja, dann das erste Jahr lief einigermaßen und ging das immer so weiter. Bei 25 Jahren habe ich den Abspruch verpasst und jetzt habe ich das 31 Mal, glaube ich, gemacht. Und habe immer gesagt, wenn ich mal in Pension gehe, dann ist auch Schluss. Und daran möchte ich mich auch halten. Es gab schon Bestechungsversuche, die haben gesagt, hier, gegen kleines Handgeld kannst du es nicht diesen Weihnachten wieder machen. Oder ich habe letzte Tage mit dem Chef der Commerzbank Arena gesprochen und hat gesagt, Mensch, wir haben doch auch DJs, wir können doch so eine Weihnachtsgeschichte bei uns im Stadion machen. Da habe ich ihm auch schon gesagt, alles hat seine Zeit und es ist auch gut so, dass auch mal was anderes kommt. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, was machen wir Heiligabend? Und ich bin ja immer so der Freund davon und denke, habe immer davon geträumt, Heiligabend ist man immer in den Bergen und Schnee und Lager, nicht Lagerfeuer, aber Herdfeuer. Und meine Frau sagt jetzt, wir bleiben zu Hause. Also wieder nichts mit Skihüte oder so irgendwo. Wir haben jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, uns darüber zu verständigen. Aber der 24. Dezember kommt bestimmt und ich bin auch gespannt, was er für Fahrt. Oh je, genau. Wir haben alle schon Angst davor, weil wir werden natürlich alle, man kann halt so schlecht dagegen anstinken. Jeden kann es treffen. Ja, danke schön, Helmut, dass Sie mich so schön anschauen. Ja, wir werden wahrscheinlich losen. Aber wir haben uns schon gesagt, wir müssen dann ganz klar sagen, das wird anders an diesem Heiligabend. Ja, das ist ja auch so. Und wir leben ja alle davon, dass sich mal was bewegt, Veränderungen ergeben. Und am Anfang stöhnt man so ein bisschen und denkt, ach, Veränderungen. Ich glaube, wir Menschen leben von Veränderungen, von neuen Herausforderungen, neue Leute kennenlernen, neue Dinge anpacken. Und das ist doch das Spannende im Leben. Es ist doch schön, dass es mehr Jahre geworden sind, als Sie versprochen haben am Anfang im Vorstellungsgespräch mit Ihrem Chef, Herrn Dr. Bing. Er sagte, naja gut, wenn ihr mich nehmen wollt, ist das okay. Aber in fünf Jahren könnt er euch in Neuen suchen. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Und die 30 Jahre sind wirklich wie im Traum vorbeigegangen. Also besser hätte es nicht funktionieren können. Und ich hoffe und drücke alle Daumen für HIT Radio FFH, dass es die nächsten 30 Jahre mindestens so gut geht. Ich bin ja sehr zuversichtlich. Wir haben tolle Mitarbeiter, die sehr kreativ sind, viel jünger als ich. Und die haben gute Ideen. Und ich denke mal, es gibt gute Chancen, dass wir auch Marktführer bleiben in Zukunft hier in Hessen. Man kann auch Nummer zwei sein, macht auch nichts. Aber das ist schon was zu sagen. Wir sind die Nummer eins in Hessen über so lange Zeit. Da wünsche ich allen Kollegen toll, toll, toll. Kommen Sie ab und zu nochmal vorbei? Vorbeikommen weiß ich nicht. Also es gibt ja einen Nachfolger, Marco Meier, der jetzt vor zwei Wochen angefangen hat. Und der kommt von Antenne Thüringen. Und das Erste, was ich mir immer vorgenommen hatte, wenn ein Neuer kommt, ich rede dem nicht nach vorne rein. Und der schimpft nicht über das, was er in den letzten 30 Jahren war. Da gibt es sicher auch irgendwas, was man heutzutage anders machen würde. Und daran haben wir uns bisher gehalten. Und insofern wird die Zahl meiner Besucher bei FFH nicht so oft sein, weil ich denke, der Neue muss es machen mit dem Team. Und ja, reinhören tue ich schon mal, aber schicke dann keine Mails, wie ich das sonst immer gemacht habe. Ich will jetzt nicht zu traurig werken am Ende. Aber wenn ich mir vorstelle, ich meine, Ihr Büro, also unser Chef war immer sichtbar für uns. Wir waren sichtbar für Sie. Also es wird dann schon nochmal, obwohl man sich gedanklich damit beschäftigt hat, schon nochmal so ein Moment, wenn das Büro ausgeräumt wird. Na, ist ja schon alles aufgeräumt. Also alles das, was da steht, das gehört FFH. Ob das jetzt der Deutsche Radiopreis ist oder viele andere Dinge, die ich dann natürlich zurücklasse, weil das nicht mein persönlicher Verdienst ist. Es wird gut weitergehen. Und ich glaube, dass die Hörer da jetzt keine große Veränderung spüren, sondern ich glaube, es gibt auch eine gute Chance, dass sich das Programm weiterentwickelt und dass da Neue am Ruder sind, die auch vielleicht neue Ideen haben und auf der einen Seite Vertrautes bieten, aber auf der anderen Seite wieder neue Überraschungen. Ach, das ist genau das, was wir jetzt am Ende Ihnen auch wünschen. Eine gewisse Vertrautheit im Leben, auch ohne FFH und immer schöne kleine Überraschungen für Sie und Ihre Frau, Herr Helmut. Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Tschüss. Schön, dass Sie sich diesen Podcast bis zum Ende angehört haben. Wir können uns wieder hören im Radio bei FFH, immer von neun bis zwölf am Sonntag und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.